herzlich willkommen zu einem total ungeplanten Mike an morgen die neujahrsansprache praktisch ich habe in einem anderen video ich verlinke das mal hier eigentlich was dazu gesagt zu meiner carnivore diät die ich jetzt angefangen habe wenn ihr euch das interessiert schaut euch das an ich bin da am ende in so einen kleinen so eine kleine ansprache reingegangen ja von wegen hey hört es euch selber an die war so gut fand ich dass ich das noch mal in den Mike am morgen packen wollte für die leute die das andere zeug nicht angucken aber die Mike am morgen angucken ja es ist ein aufruf an euch euren arsch hoch zu bewegen und was für euch zu tun nicht weil erster erster ist erkläre ich aber gleich also dranbleiben ansonsten supplements ja also mineralstoff habe ich gesagt so ein multimineral magnesium und dann omega-3 und omega-3 werde ich jetzt auch hoch dosiert wieder nehmen weil mir ein heilpraktiker freund geraten hat das zu machen wegen dem knie auch ja auch zum entzündungen bisschen runterfahren und ich hatte so ein bisschen auch den verdacht weil ich halt echt nach meinen trainingseinheiten gut ich bin jetzt halt schon ein bisschen älter nach meinen trainingseinheiten wirklich oft noch mal extra tag pause gebraucht hätte was ich früher nicht gebraucht hätte jetzt kann man sagen okay es liegt am alter oder es liegt an was anderem alter hat ja nichts damit zu tun dass du alt bist sondern es hat damit zu tun dass sachen nicht mehr richtig funktionieren wie sie mal früher funktioniert haben so und wenn natürlich irgendwie so eine unterschwellige entzündung hast oder so im ganzen körper so ein bisschen entweder durch die ernährung oder durch durch irgendeinen mangel dann sollte man da vielleicht auch erst mal gucken dass man diesen mangel behebt anstatt dann zu sagen ich bin alt ich muss weniger trainieren weil dann geht es noch so man muss immer man kann immer überlegen schraubt man die anforderungen runter oder versucht man ein problem das man vielleicht hat erst mal zu finden und zu reparieren dass man die anforderungen dann doch wieder erfüllen kann ja ist genauso wenn der arzt sagt ja sie haben sie haben kaputte knie machen sie keinen sport mehr ja alter das hat das ist keine lösung für mich mit 50 ja zu sagen ja meine knie tun weh dann darfst du nichts mehr machen wo die knie wehtun ja dazu brauche ich keinen arzt ja also echt dafür hast du acht jahre studiert oder was sagen hey da kriegst du dann echt das geld was was deine ausbildung wert ist also was deine krankenversicherung wert ist wobei die soll ja auch hochgehen hoffe mal dass die qualität der ärzte da auch hochgeht das bezweifle ich ein bisschen aber genug gehatet ja ich wollte nur mal die zwei alternativen sagen immer wichtig man muss gucken wo man wo der richtige ansatzpunkt ist ist es in der okay ich reduziere einfach meine anforderungen wenn ich es nicht schaffe aufgrund von was weiß ich nicht fit genug oder versuche ich meine fitness halt raufzuschrauben dass ich die anforderungen wieder schaffe ich bin eher der wir machen mal diesen körper wieder gesund weil du bist halt nur so krank wie du krank bist und nicht so krank wie du alt bist das ist schwachsinn und du musst nicht mit 60 oder 70 auf einmal schon nur noch rumsitzen und nichts mehr machen weil du halt alt bist und nichts mehr kannst denk dran ich habe es in dem video über die studien die studien interpretiert werden ich verlinke das mal hinten im im abspann wer es noch nicht gesehen hat solche aussagen werden immer anhand von durchschnittswerten getroffen und wenn halt der durchschnitt der bevölkerung mit 50 oder mit 60 oder wenn sie halt in rente gehen oder wenn sie halt älter werden anfangen nichts mehr zu tun sportmäßig dann geht es halt rapide bergab so und dann geht halt der durchschnitt rapide bergab und dann wird das wieder als beweis genommen aha aufgrund der zahlen sehen wir wenn man älter wird wird die fitness einfach schlechter ja vielleicht wird es halt einfach schlechter weil die leute nichts mehr machen oder nichts mehr gemacht haben seit 30 jahren klar wird es dann schlechter es gibt genug beispiele von leuten die auch noch mit 70 fit sind muss halt wissen wen man sich als beispiel nehmen will ja statistik den durchschnittswert vor allem den durchschnittswert von der gruppe von leuten die immer unfitter werden normal von 1940 bis jetzt guckt sind die leute immer unfitter geworden und ja das ist für mich kein referenzwert ganz einfach für mich sind referenzwerte leute wo ich sage der typ hat es geschafft so will ich auch werden ja und so leute solltet ihr euch auch suchen scheißegal wer das ist und dann guckt ihr was machen die und dann sagt ihr das mache ich auch und wenn es irgendwelche studien oder sonst leute gibt die sagen ja aber die wissenschaft sagt so und so dann würde ich sagen und die sagen das ist halt eine ausnahme dann sage ich ja alles klar dann will ich wissen was die ausnahme macht um zur ausnahme zu werden und dann mache ich das gleiche und ich mache nicht das was alle machen damit sie dann so werden wie alle anderen weil das ist offensichtlich scheiße so das war mein kleiner motivations rant zum ende des jahres anfangs wer am ersten ersten noch nicht mit irgendwas cool man angefangen hat scheiß drauf ja der erste erste ist einfach nur ein datum ein tag in 365 ihr könnt jeden tag anfangen ihr müsst nur wollen ihr müsst was verändern wollen wenn ihr sagt hey ich bin ungesund ich bin unsportlich hey was meine lebenssituation gerade ist nicht gut ja dann macht es besser dann guckt wo der fehler liegt ja was gefällt euch nicht wo seid ihr nicht gut und ändert das arbeitet dran scheißegal das muss nicht von heute auf morgen gehen aber fangt an immer einen schritt in die richtige richtung wenn ihr keinen schritt in die richtige richtung macht braucht euch nicht wundern wenn ihr nirgends ankommt ja und immer schlechter wird weil externe faktoren arbeiten halt immer gegen euch die arbeiten so gut wie nie für euch ihr könnt euch nicht hinstellen und sagen ich bleibe einfach hier stehen und dann hoffe ich mal 50 50 dass es besser wird nee zu 99 prozent wird es schlechter werden weil sich niemand um euch kümmert ihr seid allen egal mehr oder weniger ihr müsst euren scheiß selber regeln ja hier noch ein kleiner einwurf der mir erst später wieder eingefallen ist wenn ihr jemanden kennt der was in seinem leben ändern sollte und der ein paar motivierende worte braucht ja dann leitet ihm den link zu dem video hier weiter ja seid wenigstens ein kamerad und tretet ihm sozusagen durch mich in den arsch dann müsst ihr es nicht mal selber tun obwohl das eigentlich von einem freund zu erwarten wäre dass man jemand anderen in den arsch tritt wenn man weiß er braucht das um an sich zu arbeiten ja also video weiterleiten und ab geht's das war's von mir für mich für heute für euch das video zu meinem fitness kram kommt noch und ansonsten schaut meine fitness videos an ja wenn ihr fitter werden wollt ansonsten na ganz übrigens und wenn ihr keine ahnung habt wie man fit wird ja operative athletik 1 mein lehrgang kampfkraft ist jetzt am wochenende sechster siebter erster 2024 in nürnberg sind noch plätze frei wer sich noch anmelden will e mail an mich wer noch infos will e mail an mich ihr findet den ganzen scheiß auf der website project binde strich archangel punkt de so mehr kann ich für ich tun den rest müsst ihr selber machen ja bis dahin macht's gut haut rein macht irgendwas was euch besser macht okay